Ist Bayer Leverkusen tatsächlich bald den Namen Vize Kusen los? Ist die Meisterschaft schon entschieden? Soll heißen, hält Bayer Leverkusen mit Xabi Alonso am Ende der Saison die Meisterschale hoch? Das ist die Frage auch am 23. Spieltag und die müssen wir natürlich auch an unserem Vize Marcello stellen. Hallo Karsten, schöne Einleitung von dir mal wieder. Ich sag mal so, seit Einführung der 3-Punkte-Regel in der Bundesliga hat es noch nie eine Mannschaft geschafft, einen 8-Punkte-Rückstand auf den Spitzenreiter an den letzten 12 bzw. 13 Spieltagen aufzuholen. Deswegen, Leverkusen ist für mich schon jetzt Meister. Okay, was sagt ihr dazu? Habt ihr andere Meinungen, Kommentare und gerne auch ein Abo hier liegen lassen? Es bleibt weiter spannend und da wir Marcel schon hier haben, können wir ihn auch loben. Er hat einen Hattrick geschafft. Ja, danke Karsten. Ich habe es ja letzte Woche schon großmundig angekündigt und tatsächlich ist es auch so gekommen. Ich habe den Hattrick in der Bundesliga geschafft. Das heißt, zum dritten Mal in Folge in der Bundesliga eine positive Bilanz rausgehauen. Dieses Mal lag es bei 1,09. Dementsprechend hatte ich 5 von 10 Tipps, aber nur richtig. Was heißt nur? Eigentlich ist es eine gute Bilanz. Aber wenn man denkt, dass mein höchster Einsatz, nämlich die vier Units auf den Auswärtssieg von Dortmund gegen Wolfsburg falsch waren und ich trotzdem im Plus bin bei einer, bei der Hälfte der Tipps, die richtig waren, kann man sehen, dass die anderen Quoten sehr, sehr erfolgreich waren und auch sehr hoch waren und trotzdem getroffen wurden. Und deswegen versuche ich mich jetzt an dem Quadruple-Kast. Quadruple? Der ist nicht mehr zu retten. Also Joshua Kimmich ist übrigens not amused, dass Thomas Tuchel nach wie vor Trainer der Bayern ist. Ja, es gibt offensichtlich da zwei Lager bei den Bayern. Die einen sagen, nee, mit ihm können wir weitermachen. Die anderen sagen, nein. Was sagt ihr? Auch gerne mal hier eure Kommentare. Wir besprechen natürlich das Samstagabendspiel, nämlich Bayern gegen RB Leipzig. Und zur Erinnerung, in der letzten Saison, am vorletzten Spieltag, gab es da eine 1 zu 3 Niederlage. Alle hatten gedacht, okay, jetzt ist Dortmund Meister. Es kam anders. Was sagen wir zu dem Spiel, Marcel? Ja, Carsten, völlig unnötig von dir, dass du jetzt nochmal in der Wunde rumdrückst. Er meint den BVB, er meint die verlorene Meisterschaft. Das ist sein Thema gerade. Ganz genau. Will ich aber gar nicht weiter thematisieren, denn ich blicke tatsächlich auf dieses Duell Bayern gegen Leipzig. Bayern muss aufpassen, dass sie nach diesem Spieltag nicht schon 11 Punkte Rückstand haben auf den Tabellenersten auf Leverkusen, denn Leipzig war zuletzt ein sehr schweres Pflaster für die Bayern, denn sie haben viermal in Folge nicht gewonnen gegen Leipzig, sowohl im Supercup als auch in der Bundesliga. Und sie haben auch die letzten beiden Heimspiele gegen RB Leipzig sogar verloren und das jeweils mit mindestens drei Toren, die sie kassiert haben. Also Leipzig ist wirklich momentan so ein bisschen ein Angstgegner für die Bayern. Zudem haben die Bayern natürlich jetzt dreimal in Folge verloren im Pflichtspiel. Das gab es erstmals seit 2015 wieder, damals noch übrigens unter Pep Guardiola. Und erstmals seit 1991 könnten sie jetzt sogar vier Pflichtspiele in Folge verlieren. Und das wäre natürlich nochmal das i-Tüpfelchen, weil ich bin momentan wirklich so happy, dass Thomas Tuchel weiter Trainer bei Bayern ist, weil es macht Spaß, die Bayern verlieren zu sehen. Da lehne ich mich einfach mal aus dem Fenster. Jetzt gegen Leipzig gehe ich allerdings davon aus, dass wir ein sehr torreiches Match erleben werden. Die Bayern tun sich da momentan ein bisschen schwer. Du hast Kimmich einerseits angesprochen, ich spreche nochmal Sané und Kane an, die momentan beide so ein bisschen unter den eigenen Möglichkeiten spielen. Kane lässt Chancen liegen. Sané wirkt sehr sloppy, also sehr schlampig in seinen Aktionen. Einfache Fehlpässe, keine Durchschlagskraft im letzten Drittel. Also alles das, was ihn ausgezeichnet hat in der ersten Saisonhälfte, das ist momentan abhandengekommen bei Leroy Sané. Und trotzdem gehe ich davon aus, egal ob für die Bayern oder gegen die Bayern, dass wir in der ersten Halbzeit schon mindestens zwei Tore erleben werden. Deswegen mein erster Tipp zu dieser Partie, über 1,5 erste Halbzeit, 2,12 die Quote und zwei Units mein Einsatz. Ja, was ja wirklich bemerkenswert ist, die Defensivschwäche der Bayern. Das kennt man ja so aus den letzten Jahren gar nicht. Und deshalb gibt es vielleicht noch einen zweiten Tipp, einen zweiten Ansatz bei dir. Ja, da bin ich da tatsächlich eher bei RB Leipzig. Wenn gleich ich sagen muss, dass ich mich da sehr defensiv verhalte. Das heißt, ich gehe da gar nicht groß ins Risiko. Ich sage nämlich, dass RB Leipzig, die übrigens auch nur eines der letzten sechs Auswärtsspiele in der Bundesliga gewinnen konnten, diese Partie mit maximal zwei Toren Unterschied verlieren. Also du siehst, Carsten, sehr defensiv, sehr weniger oder sehr wenig risikoreich gehe ich daran, sage RB Leipzig plus drei in Verbindung damit, dass in beiden Halbzeiten wenigstens ein Tor fallen wird. Und für diese Kombination erhalten wir dann nochmal eine 1,82 als Quote. Da gehe ich mit drei Units drauf und möchte abschließend nochmal einen Spieler huldigen von RB Leipzig, nämlich Luis Openda. Wie in den letzten Wochen auch. Jetzt steht er mittlerweile bei fünf Bundesligaspielen in Folge, den er mindestens einmal getroffen hat. Und natürlich ist Openda gerade gegen die Verteidigung der Bayern, die ja ohne Upamecano auch auskommen müssen, in der Lage erneut ein Tor zu erzielen. Wir kommen zum Spiel am Sonntagabend, nämlich Dortmund als Gastgeber für Hoffenheim. Carsten, vorab möchte ich gerne mal deine Meinung zum Nachziehbein hören. Ich habe auch ein Nachziehbein nach fünf Operationen am Knie. Ich laufe da ein bisschen schleppen. Ja, genau. Aber jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zu emotional werde. Aber wenn ich dann am Dienstagabend ganz genüsslich vor dem Fernseher sitze und mir meine Dortmunder anschaue, die ja wirklich kein gutes Auswärtsspiel hingelegt haben in Eindhoven, aber durchaus das Spiel hätten auch gewinnen können, dann muss ich mich mal wieder fragen, was hat denn der VAR da denn schon wieder gesehen? Ich spreche natürlich den Elfmeter an von Mats Hummels. Für mich null Prozent ein Foul, also ähnlich wie das Mats Hummels sieht. Und wenn ich dann noch Wolfgang Stark als ehemaligen Bundesligaschiedsrichter bei Amazon Prime höre, der sagt, dass das Nachziehbein ja den Spieler gefault haben soll. Ja, da muss ich dann einfach echt mit dem Kopf schütteln, weil für mich war das wie gesagt gar kein Elfmeter. Aber wie dem auch sei, Dortmund hat eine gute Ausgangslage in der Champions League und Dortmund ist natürlich jetzt auch unter Druck in der Bundesliga, denn sie wollen die Top vier natürlich halten. Sie wollen den momentan vierten Platz auf jeden Fall mindestens mal verteidigen. Und jetzt geht es gegen Hoffenheim. Die waren auswärts am Anfang der Saison extrem stark, sind glaube ich mit fünf Auswärtssiege in Folge gestartet. Seitdem gab es allerdings keinen einzigen Auswärtssieg mehr. Zwei unentschieden vier Niederlagen. Allgemein Matarazzo, der Trainer von Hoffenheim steht extrem in der Kritik. Und jetzt geht es auch noch gegen seinen persönlichen Angstgegner, gegen Edin Terzic. Der hat nämlich viermal schon gegen Matarazzo in vier Bundesliga-Duellen gewinnen können. Und dementsprechend sage ich auch diesmal, dass Dortmund hier die Oberhand behalten wird. Und ich gehe auf den Sieg des BVB in Verbindung mit unter 5,5 Toren. 1,83 die Quote. Und an der Stelle sei noch erwähnt, dass der BVB keines der letzten acht Pflichtspiele gegen Hoffenheim verloren hat. Und zuletzt sogar sechsmal in Folge gewinnen konnte. Der VfB Stuttgart spielt eine herausragende Saison. Und jetzt kommt als Gegner Köln. Ich darf übrigens da hinfahren zum Spiel und möchte mir natürlich wieder ein Spektakel anschauen. Wie sind die Aussichten dafür? Gut, gut Carsten. Ich glaube, dass wir tatsächlich wieder ein relativ torreiches Match erleben werden. Allerdings hauptsächlich mit Toren auf Stuttgarter Seite, weil Köln auswärts natürlich weiterhin ja sehr harmlos ist. Haben erst sechs Tore geschossen in elf Auswärtsspielen. Noch erst ein einziger Auswärtssieg landen können. Trotzdem ist natürlich so eine kleine Aufwärtstendenz erkennbar bei den Kölnern. Das möchte ich gar nicht abstreiten. Aber in Stuttgart wird es einfach brutal schwer, weil Stuttgart hat neun der bisherigen elf Heimspiele gewonnen. Haben schon 34 Tore zu Hause erzielt. Nur die Bayern haben zu Hause noch mehr Tore markiert. Und trotzdem möchte ich hier noch eine Personalie ganz kurz erwähnen, die so ein bisschen zwischen beiden Vereinen momentan steht, nämlich Justin Diehl. Junger Kölner Stürmer. In der Hinrunde noch hauptsächlich in der Regionalliga aktiv. Unter Baumgart hat er keine Rolle gespielt. Dementsprechend wollte er den Verein wechseln. Stuttgart war in der Pole Position. Ja, der Wechsel war schon fast durch. Und auf einmal kommt so ein kleines Umdenken. Er sieht, dass Timo Schulz deutlich mehr auf ihn baut. Und auf einmal sagt Justin Diehl, naja, vielleicht bleibe ich doch in Köln. Und dementsprechend ist das so eine Personalie, die interessant ist bei dieser Partie. Aber nochmal unter dem Strich sage ich, Stuttgart wird diese Partie gewinnen. Stuttgart wird auch schon zur Halbzeit führen, wie so oft in Heimspielen. Und deswegen 1,90. Doppeltes Ergebnis. Halbzeit 1, Endstand 1, drei Units mein Einsatz. Bo Henriksen, der neue Coach von Mainz 05, könnte ja auch als Tänzer irgendwo auftreten. Der war ja permanent in Bewegung bei seinem ersten Spiel. Aber eben auch erfolgreich. Ein Sieg mit Mainz 05. Jetzt reisen Sie nach Leverkusen. Härter geht die Prüfung natürlich nicht. Aber ich möchte ein kleines Glöcklein, ein Überraschungsglöcklein läuten. Ich glaube, ein Punkt könnte drin sein. Nein, Carsten, nein. Ich läute das Überraschungsglöcklein nicht. Ja, weil ich felsenfest davon überzeugt bin, dass Leverkusen dieses Heimspiel gewinnen wird. Ich will das Ganze auch ganz kurz statistisch untermauern. Leverkusen hat Anfang Dezember in der Bundesliga zu Hause letztmals ein Gegentor kassiert. Ja, Mainz ist nach wie vor die einzige Mannschaft in der Bundesliga, die noch nie zwei Tore erzielen konnte in einer Partie. Hinzu kommt, dass Mainz mittlerweile seit 15 Auswärtsspielen in der Bundesliga auf einen Sieg wartet. Und dann haben wir natürlich noch ein besonderes Jubiläum in dieser Partie, nämlich Florian Wirz. Und da mache ich jetzt einmal kurz das Quiz-Glöcklein, Carsten, denn er ist jetzt ja schon der, oder er könnte der vierte Spieler werden, der im Alter von 20 Jahren oder jünger sein 100. Bundesligaspiel feiert. Welche drei Spieler waren noch jünger als Florian Wirz beim 100. Bundesligaspiel? Die Frage geht nicht an dich, Carsten, die Frage geht an euch da draußen. Haut es mir gerne mal in die Kommentare rein. Ich sage, Leverkusen wird mit Florian Wirz in der Startelf, mit einem überragenden Florian Wirz in der Startelf, auch gegen Mainz die Oberhand behalten. Und mein Tipp lautet, doppeltes Ergebnis, Halbzeit 1, Endstand 1, also Leverkusen führt zur Halbzeit, Leverkusen gewinnt das Spiel und Leverkusen trifft sogar in beiden Halbzeiten mindestens einmal. 2-10 hier die Quote für und zwei Units mein Einsatz. Übrigens an der Stelle möchte ich Wirz auch noch mal huldigen. Der Pass, der von ihm kam gegen Heidenheim, den können wirklich nur Spieler spielen, die so intelligent sind, so spielintelligent wie Florian Wirz. So, Spielintelligenz wäre für Union Berlin und Heidenheim natürlich auch wünschenswert. Zwei Vereine, die ja die Basics beherrschen, sagen wir es mal so. Die Grundtugenden, ja, das auf jeden Fall. Also zwei Mannschaften, die zu den läuferisch Stärksten in der Bundesliga gehören, die keinem Zweikampf aus dem Weg gehen. Deswegen gehe ich auch in erster Linie mal davon aus, dass wir eher wenige Tore erleben werden. Wenn gleich man sagen muss, Heidenheim ist mittlerweile seit vier Bundesligaspielen auswärts ungeschlagen. Haben ja letzte Woche nach zuvor acht ungeschlagenen Bundesligaspielen überhaupt mal wieder verloren gegen Leverkusen. 1-2 haben da trotzdem gezeigt, dass sie momentan wirklich jedem Gegner auch gefährlich werden können. Und ja, für Union spricht sicherlich die Tatsache, dass sie zuletzt viermal in Folge zu Hause gewinnen konnten und auch nur zwei von 19 Spielen gegen Aufsteiger verloren haben. Aber trotzdem läute ich hier das Überraschungsglöcklein, Carsten. Ich sage nämlich, Heidenheim holt drei Punkte an der alten Försterei. Ich sichere mich aber auf dem Zweiwegmarkt ab. Also Draw No Bet 2 lautet mein Tipp. 2,62 die Quote, zwei Units mein Einsatz. Und als zusätzliches Argument dient die Tatsache, dass Union Berlin ohne den Topscorer auskommen muss, ohne den gesperrten Kevin Volland und ohne den gesperrten Abwehrspieler Diego Leitsch. Marcello, kennst du eigentlich das Bermuda-Dreieck? Das kenne ich, da war ich aber tatsächlich noch nicht. Wo ist das denn? Weit über den Wolken fliegt man da lang. Nein, man muss nur nach Bochum fahren, reisen. Und dann ist dort das Bermuda-Dreieck. Das ist die Kneipenmeile in Bochum. Und da ging es natürlich extrem ab nach dem Sieg gegen die Bayern, dem 3 zu 2. Ja, da flog die Kuh und jetzt muss der VfL Bochum in den Alltag zurück nach Gladbach. Und Gladbach sollte sich mal nach unten orientieren, denn das ist nicht mehr so weit bis zum Abstiegsrang. Du sagst, gerade mal sechs Punkte sind es noch, die die Gladbach-Vorsprung haben, müssen sich deutlich strecken, aktuell um Punkte zu sammeln. Haben nur eines der letzten neun Bundesligaspiele gewonnen, dreimal unentschieden gespielt, fünfmal verloren. Und in der Rückrunde, also in den letzten fünf Partien, ist Gladbach sogar komplett sieglos. Und jetzt geht es eben gegen eine euphorisierte, selbstbewusste Bochumer Mannschaft, die nur eine Niederlage bisher kassiert hat im Kalenderjahr 2024. Die allerdings auch mittlerweile seit fünf Auswärtsspielen sieglos ist und allgemein auch nur eines der letzten 15 Bundesligaspiele in der Fremde gewinnen konnte. Trotzdem muss ich sagen, sehe ich Bochum auf jeden Fall in der Lage, hier etwas Zähbares mitzunehmen. Wenn gleich man sagen muss, dass Anthony Lucia, der defensive Stabilisator vor der Abwehr, ausfallen wird, gesperrt. Und er hat bislang fünfmal gefehlt, seitdem Bochum wieder in die Bundesliga aufgestiegen ist. Und fünfmal konnte Bochum nicht gewinnen. Aber gleiches gilt auch für Gladbach, denn die müssen auf Itakura und auf Elwedi verzichten, also auf zwei etatmäßige Innenverteidiger. Und deswegen erwarte ich ohne die defensiven Stabilisatoren beider Mannschaften eine sehr torreiche Partie und gehe davon aus, dass in beiden Halbzeiten mindestens ein Tor fallen wird. 1,57 die Quote und vier Units der Einsatz. Der SV Werder Bremen hat die letzten drei Auswärtsspiele zu Null gewonnen. Das ist historisch wirksam bei den Bremern. Und damit klopfen sie natürlich jetzt auch mal wieder an Richtung oben, internationale Ränge. Und das Heimspiel gegen Darmstadt ist jetzt keine so große Herausforderung. Das sehe ich anders. Das sehe ich tatsächlich komplett anders. Also erstmal gebe ich dir völlig recht, Werder Bremen hat sich still und heimlich in die obere Tabellenhälfte verabschiedet, haben mit dem Abstieg, stand jetzt einfach mal gar nichts mehr zu tun. Darmstadt hingegen, ja, da gebe ich dir recht, sie haben jetzt seit 15 Spielen nicht mehr in der zweiten in der Bundesliga gewinnen können, haben auch nur fünf Punkte geholt in diesem Zeitraum. Aber trotzdem waren sie selten so schwach, dass der Gegner ein leichtes Spiel hat. Ja, das auf jeden Fall. Darmstadt hat in sechs der bisherigen zehn Auswärtsspiele mindestens ein Tor erzielt. Bremen hat zudem auch selten zuletzt zu Null gespielt, wenn man zu Hause gespielt hat. Sie haben nur eines der letzten sechs Heimspiele ohne Gegentor beendet. Also auswärts waren sie defensiv sogar ein Stück weit stabiler als zu Hause. Und trotzdem steht unter dem Strich natürlich der zweite Platz in der Rückrundentabelle zu Buche. Zwölf von möglichen 15 Punkten geholt für die Bremer. Und sie haben mit Nginma auch jemand, der wirklich so momentan ein bisschen durch die Decke geht. Top-Joker der Liga, also hinter Mattis Tell hat er die meisten Torbeteiligungen nach Einwechslung. Und insgesamt steht er jetzt schon bei sechs Saisontoren. Und mit seiner Geschwindigkeit, glaube ich, kann er auch ein ganz wichtiger Part werden gegen Darmstadt. Trotzdem sage ich, Bremen wird sich gegen Darmstadt mehr mühen als zuletzt in der Fremde. Und deswegen beide Mannschaften treffen und Bremen holt wenigstens einen Punkt. Das heißt, ich gehe nicht ganz so sehr ins Risiko. Ich sage 1x und beide treffen zu einer Quote von 2,10 bei zwei Units als Einsatz. Kommen wir zum Niko Kovac-Special. Ja, Eintracht Frankfurt gegen den VfL Wolfsburg. Ja, Niko Kovac wurde Pokalsieger mit Eintracht Frankfurt. Der legendäre Spruch von Boateng, lauft oder lauf. Und dann haben sie gegen die Bayern gewonnen. Ja, jetzt ist er zu Gast, Niko Kovac mit Wolfsburg in Frankfurt. Ja, Karsten, und wenn du alte Verflechtungen ansprichst zwischen diesen beiden Vereinen, dann muss man natürlich auch die Personalie Oma Mamouche nennen, der ja ebenfalls eine Wolfsburger Vergangenheit hat, jetzt bei Frankfurt spielt. Und die letzten acht Bundesliga-Tore von Oma Mamouche fielen allesamt in den ersten 30 Minuten einer Partie. Also er ist der personifizierte frühe Vogel, so würde ich mal sagen. Und er hat zuletzt auch fünfmal das 1-0 erzielt für die Frankfurter. Ja, das heißt, er ist wirklich jemand, der extrem wichtig ist für die Hessen. Zumal ja mit Sasakalajic, so leid mir das tut, ein ganz wichtiger Spieler, jetzt wieder mit einem Kreuzbandriss ausfällt. Bereits der dritte Kreuzbandriss für Sasakalajic. Also an der Stelle gute Besserung und ich hoffe, dass er nochmal zurückkommen wird in alter Stärke. Wolfsburg hat sechs der letzten sieben Auswärtsspiele in Frankfurt gewonnen. Das ist vielleicht noch etwas, was nicht jeder auf dem Schirm hat. Auch das Hinspiel haben die Wolfsburger übrigens 2-0 gewonnen. Und deswegen gehe ich mal weg von einer Wette auf dem Dreiwegmarkt. Vor allen Dingen, weil man nicht weiß, wie die Frankfurter das Conference-League-Spiel am Donnerstagabend gegen Royal Union verkraften werden, sowohl physisch als dann auch vom Ergebnis her. Und deswegen sage ich hier einfach, dass wir Tore sehen werden. Ähnlich wie in der letzten Woche, als Freiburg gegen Frankfurt 3 zu 3 gespielt hat, gehe ich auch diesmal auf das über 2,5 bei einer sehr respektablen Quote von 1,91 und drei Units als Einsatz. Den Spieltag beschließt am Sonntagabend um 19.30 Uhr. Es gibt drei Sonntagsspiele. Der FC Augsburg gegen Freiburg. Beide haben 40 Gegentore schon gefangen. Ja, und bei Augsburg ist eine spielerische Entwicklung festzustellen. Aber was die Punkteausbeute betrifft, da ist es im Moment mager. Da hängen sie den eigenen Erwartungen deutlich hinterher. Augsburg hat nur eines der letzten neun Bundesligaspiele gewonnen. Augsburg hat zuletzt auch viermal zu Hause nicht gewinnen können. Und jetzt geht es gegen eine Freiburger Mannschaft, die für mich nach wie vor so ein bisschen eine Wundertüte ist, die sich aber fußballerisch, finde ich, zuletzt wieder deutlich gesteigert hat. Ja, jetzt muss man mal abwarten, wie sie am Donnerstag in der Europa League gegen Lors spielen. Aber unabhängig davon gehe ich davon aus, dass Freiburg in Augsburg gute Chancen haben wird, drei Punkte mitzunehmen. Warum? Naja, Freiburg hat die letzten sechs Bundesligaspiele gegen Augsburg allesamt gewonnen. Sind mittlerweile sogar seit zehn Bundesligaduellen gegen den FCA ungeschlagen. Dabei gab es sieben Siege, drei Unentschieden. Und bei Augsburg fehlt mit Choveleu ein ganz wichtiger Abwehrspieler. Und deswegen habe ich hier mal die höchste Quote des Spieltages rausgesucht, mit sehr viel Risiko, aber nur mit einer Unit als Einsatz. Ich sage nämlich, Freiburg führt zur Halbzeit und Freiburg gewinnt das Spiel in Augsburg zu einer Quote von 5,0. Da haut er nochmal einen raus. Vielen Dank, Marcello. Hier ist die Übersicht der Tipps für den 23. Spieltag in der Bundesliga. Und in der zweiten Liga geht es richtig rund. Einige Derbys und das Spitzenspiel zwischen Kiel und St. Pauli, also zwei gegen eins. Dazu haben wir ein besonderes Video gedreht, nämlich mit dem Gast Marinos Bester. Schaut einfach da auch nochmal rein. Euch ein schönes Wochenende.